Guten Tag, ich stehe vor dem zweiten Teil meiner Bentley Tour. Ich stehe im Moment am Flughafen Zürich. Ich warte auf meinen Flug nach Bilbao. Leider hat er über 40 Minuten Verspätung. Ich hoffe, dass ich dann rechtzeitig zum Check-in im Hotel in Bilbao komme. Das Wetter in Zürich ist schön und kalt. Bilbao soll es auch einigermassen schön sein und 17 Grad. Mal schauen, wie diese Woche wird. Die Woche macht es einigermassen. SchnellDITO Das war einiges, was wir stehen für heute in Nordia. Die Woche ist auf Hechtland. Die Woche gibt es die Zürich. Vielen Dank. Abikro, bitte für departure. 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 Danke. 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 Danke.